Aus deinen Gedanken wird irgendwann Realität. Aus deinen Gedanken wird irgendwann Realität. Ich sag das schon immer. Hier wieder euer Tamer Galal aus dem Body Planet. Coach, Life Coach, Lebens Coach, Persönlichkeits Coach. Und mir ist es wirklich auch wieder mal eine Herzensangelegenheit, das hier wirklich richtig mitzuteilen. Ich kriege manchmal echt einen Vogel, wenn die Leute sagen, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin es nicht wert. Och Mensch, ihr selber habt es in der Hand. Und je öfter ihr das denkt, desto mehr wird es passieren. Also es gibt hier einen wirklich wahnsinns Mensch, der hat ein tolles Buch geschrieben, Dr. Joseph Murphy. Die Macht des Unterbewusstseins. Eure Unterbewusstsein delegiert euer Leben. Ich habe gestern eine tolle Postkarte gesehen bei meinen tollen Freunden. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf dein Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Was bedeutet es für euch? Alles, was du denkst, Gesetz der Anziehung. Wirklich alles, was du denkst, wird Realität. Wenn eine Frau ihren Mann misstraut, dann wird es Realität. Und wenn einer Mann, einer Frau misstraut, genauso wird es auch Realität. Deshalb müsst ihr manchmal wirklich einfach nur loslassen. Und sagen, okay, ich schaffe das. Einfach positiv. Positiv. Ich nenne da immer wieder unsere Autosuggestionen. Verändere dein Leben, indem du dir immer wieder sagst, ich schaffe alles, was ich will. Ich bin ein Sieger. Wenn du so denkst im Kopf, dann wird das auch so eintreffen. Das liegt an dir. Und du musst es täglich trainieren. Wir haben am Tag bis zu 50.000 Gedanken. Müssen wir mal überlegen. Das da oben ist eine Denkmaschine. Das ist ein Organ. Und wenn ihr dieses Organ nicht so benutzt, dass ihr positiv denkt, dann werdet ihr immer negativer. Ihr kennt doch sicher auch Menschen, die immer wieder rumgoschen und rummotzen. So sagt der Schwabe. Bei uns im Schwabenland sagt man genau das. Ich finde es immer wieder lustig und doch traurig. Jeder braucht ein Lob. Jeder möchte ein Lob hören. Auch ein Lob zu sich selbst. Wie manche Menschen mit sich selber umgehen, das sage ich immer, unglaublich, wie du denkst, wie du fühlst und was du siehst. Wenn das andere von dir denken würde oder andere mit dir so reden würde, was wirst du mit ihm machen? Ich glaube, du würdest ihn erschlagen. Du würdest sagen, was redet der da? Also bitte, meine Damen und Herren, achtet darauf, was ihr denkt. Denkt positiv. Ihr müsst euer Gehirn trainieren. Ihr müsst euch vorstellen, im Gehirn gibt es bestimmte Synapsen. Und am Anfang ist es wie, wenn ihr über eine Wiese läuft, die eventuell frisch gemäht ist. Und wenn ihr da drüber läuft, dann gibt es eine Spur. Wenn die Spur negativ ist, dann seht ihr die Abdrücke. Lauft ihr nochmal drüber und nochmal drüber, immer diese negativen Gedanken. Was passiert dann? Es wird irgendwann ein Feldweg oder ein Pfad. Dann wird es ein Feldweg. Dann wird es irgendwann eine Straße. Irgendwann wird es eine Autobahn, achtspurig. Immer nur negativ denken. Ja, das erkennt man immer wieder bei Menschen, die ihren Job nicht lieben. Die ihre Partnerschaft nicht lieben. Die ihre sonstige Dinge in ihrem Leben nicht lieben. Sie sind unzufrieden. Aber anstatt selbst die Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen, also wirklich selber was tun, dass man was verändert, sind die anderen schuld. Und die Menschen denken immer negativer. Immer negativer. Wirklich, wie bis zu einer Autobahn. Du sagst ihnen was Positives und die machen draus was Negatives. Kennt ihr auch so Menschen? Ja, mit Sicherheit. Bitte, haltet euch von solchen Menschen fern. Sagt ihnen ruhig, du denkst negativ, darauf habe ich keinen Bock. Ich glaube, das müssen die Menschen wirklich hören. Und ihr wisst, jeder Mensch will Freude erreichen und Leid vermeiden. Deshalb, sagt es ruhig. Du bist mir zu negativ. Denke positiv. Und dann fängst du an, einen neuen Weg zu machen in deinem Gehirn. Ja, ich weiß, am Anfang ist es noch nicht einfach. Aber ich kann euch versprechen, es kostet nichts. Es kostet nichts. Das könnt ihr einfach so machen. Und wie geht es? Indem ihr wirklich täglich Autosuggestionen macht. Meine Autosuggestionen, die wirklich was bringen. Und die sind so einfach. Einfach jeden Tag. Ich schaffe alles, was ich will. Ich bin ein Sieger. Mein Reden und mein Sprechen überzeugen die Menschen. Ich liebe mich und ich liebe die Menschen. Ich achte auf meine Ernährung, um meine Gesundheit zu schützen. Mir geht es von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Das mache ich jeden Tag mehrmals. Am besten sogar vor dem Spiegel. Und glaubt mir, es wirkt. Und es ist kostenlos. Glaubt ihr mir? Es ist kostenlos. Probiert es aus. Jeden Tag immer wieder euch selbst motivieren und positive Gedanken schaffen. Schaut Filme. Hört Musik, die positiv sind. Wenn ich manchmal so manche Leute höre, was die für Musik hören, dann sage ich mir, hey da, was ist das? Das vermisst im Kopf. Ja? Das macht Kacke da oben rein. Wie irgendwelche Gehirnfurze. 95 Prozent. Ich meine, die Wissenschaft beweist das. Aber wenn du das auch noch fütterst, dann bekommst du das. Füttere deinen positiven Gedanken. Und dann veränderst du dein Leben. Sobald du deine Gedanken veränderst, wird sich auch deine Realität verändern. Ins Positive. Also deshalb, sucht in eurem Umfeld Menschen, die positiv denken. Die positiv sind. Und glaubt mir, insgeheim wisst ihr das. Das weiß jeder von uns. Ja? Ihr müsst es nur tun. Tut es. Erfolgreiche Menschen sind glücklich. Denken positiv. Also zeigt mal einen erfolgreichen Menschen und ich zeige dir, der positiv denkt. Zeig mal einen positiv denkenden Menschen und ich zeige dir jemand, der erfolgreich ist. Es ist einfach, eins plus eins ist zwei. Punkt. Da gibt es keinen Unterschied. Und bitte, probiert es aus. Macht es. Ich mache es auch jeden Tag. Und ja, die Macht der Anziehung. Es funktioniert. Da gibt es tolle Bücher drüber. The Secret, oder wie ich gerade vorher schon gesagt habe, das Buch vom Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins. Ein magisches Buch. Und es gibt so viele tolle Motivationstrainer, Marc Gallal, Anthony Robbins und die werden wirklich, oder die tun alle wirklich genau diese Regeln befolgen. Und dann schaffst du alles, was du willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es. Vielleicht kennst du jemanden, dem würde es helfen, um positiver zu denken und dann seine Ziele zu erreichen. Das wäre toll. Oder Likes, also liken wäre toll, damit wir da ein bisschen mehr Zulauf haben. Und vielleicht einen Kommentar schreiben, was kann ich besser machen. Also ich liebe konstruktive Kritik. Meine Damen und Herren, hier war wieder euer Tamer Gallal mit dem Thema Meine Gedanken werden meine Realität. Das war's für heute.